Tetanus ist eine altbekannte Infektionserkrankung, die zu den sogenannten impfpräventablen Erkrankungen zählt und die trotz modernster intensivmedizinischer Behandlungsoptionen in 10 bis 20 Prozent der Fälle tödlich verläuft, übertragen wird die Erkrankung durch verunreinigte Wunden, Risse oder Kratzer. Das Bakterium produziert ein Gift, was für die typischen Symptome verantwortlich ist. In Deutschland sehen wir nur noch sehr wenige Fälle, meist ältere Menschen, die an Tetanus erkranken. Währenddessen sind global immer noch sehr viele Menschen betroffen, vor allen Dingen in Ländern mit niedrigen Impfquoten und unter schlechten Lebensbedingungen sterben viele Menschen an Tetanus und betroffen sind vor allen Dingen Neugeborene und Säuglinge. Die häufigste Form von Tetanus ist die generalisierte Form. Die fängt meistens im Kopfbereich an mit Muskelkrämpfen, die sich dann über den Körper ausbreiten und andere Muskelgruppen betreffen und auch zum Ersticken führen können. Zusätzlich tritt eine autonome Instabilität häufig auf, die über vegetative Symptome wie Schwitzen, Bluthochdruck, Tachycardie zu einem Herz-Kreislauf-Versagen führen können. Die Diagnosestellung Tetanus ist klinisch. Das heißt, auf Grundlage von klinischen Symptomen im Zusammenhang mit einem fehlenden Nachweis eines ausreichenden Impfschutzes wird die Diagnose Tetanus gestellt. Eine Wunde oder Verletzung können suggestiv sein. Meistens gelingt der mikrobiologische Erreger-Nachweis nicht. Bei der Diagnosestellung müssen verschiedene Differenzialdiagnosen in Erwägung gezogen werden. Dazu zählen die Strichninvergiftung, andere Intoxikation oder neurologische Erkrankungsbilder. Bei der Behandlung von Tetanus geht es um die Neutralisation von noch nicht gebundenem Toxin durch die Gabe von Tetanus-Immunglobulin, die operative Säuberung von Wunden, falls verunreinigte Wunden vorliegen, sowie die Gabe von Antibiotika, um die Vermehrung der Bakterien zu hemmen. Unter intensivmedizinischen Bedingungen erfolgt die Supportivtherapie. Dazu zählt die Relaxation der Muskulatur sowie das Management der autonomen Dysfunktion und natürlich der Erhalt der Vitalfunktion mit Sicherung der Atemwege. Ganz wichtig ist es, an die aktive Immunisierung zu denken, denn eine durchgemachte und überstandene Tetanuserkrankung schützt nicht vor einer erneuten Ansteckung. Die Prävention stellt die wichtigste Maßnahme im Kontext Tetanus dar. Dabei ist es wichtig, in allen Bereichen der Patientenversorgung auf einen vollständigen Impfschutz zu achten. Die aktive Immunisierung gemäß der STIKO-Empfehlungen stellt dabei das Rückgrat dar. Nach der Grundimmunisierung sollte alle zehn Jahre eine Auffrischimpfung erfolgen, nach Möglichkeit als Kombinationsimpfung mit einem Impfstoff gegen Pertussis. Nach Verletzungen, auch bei kleinsten Bagatellverletzungen, sollte geprüft werden, ob eine vollständige Immunisierung vorliegt. Falls das nicht der Fall ist, steht eine Immunprophylaxe zur Verfügung, die umgehend verabreicht werden sollte, zum Beispiel bei Vorstellung der Patienten in den Rettungsstellen. Und wenn Sie mehr über weitere Erkrankungen erfahren wollen, abonnieren Sie gerne unseren YouTube-Kanal.